yo leute was geht ab hier ist wieder euer band ist herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal es ist lange kein video mehr gekommen und ja nicht vergessen liken abonnieren und die glocke aktivieren und ja ich also ihr müsst nicht wenn ihr wollt würde mich auch sehr unterstützen und dann viel spaß mit dem video zwar heute spielen wir paris ja ich habe schon ein bisschen angepasst da guck mal ich bin ein mädchen darf man das zeigen ja doch darf man zeigen so ich bin ein mädchen und ja ich würde sagen wir starten in die runde jetzt bin ich ihr kopf okay tut mir leid dass ich euch was vor ist aber ich habe immer zunger das ist nicht mein übeles zimmer ich hoffe man hat das nicht so wenn das knistert ne ich weiß jetzt box skype neun tausend prof Oh, es geht schon los. Das ist ein Flugzeug. Und den Flugzeug wäre ich ja auch schon bin. Entschuldigung, falls so laut ist, aber tut mir leid. Ich versuche leise zu kommen. Ich höre gleich mal in die Stadt da unten. Da. Nein, die Kaffee klingelt. Nein, die Kaffee klingelt. Scheiße, ich dachte, ich werde es tun. Ich glaube. Ja, man nimmt nicht mehr. No, ma. Ja, ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Scheiße, ich werde es tun. Das ist nun wieder zusammen. Ja, man ist alles klar. Walau. Man nimmt alles mit. Die Pumpe. Pump and pop G. Pump G. Ich könnte Kanaden nehmen, ich auch mal mit, aber sonst hab ich gewonnen. Es gibt nun wieder mal ein Palais. Scheiße, das geht hier nicht. 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 Es heißt nicht genug Platz. Egal. Scheiße. 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 Ich finde, das ist ein Schnellschuss. Scheiße. 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 Wir machen Wir machen heute in dem Video noch den Winner-Winner-Shidden-Dinner Is das ok? Was ist das? Man, es geht doch nicht Ja ne, ich will nicht weiter rein Ich will wieder hoch hier Was meint hier gerade? Tut mir leid, weil ich einfach so schieße Ich komme manchmal einfach so auf den Schießknopf Was ist das da hinten? Flugzeug Was hieß das? Ich habe Supply Let's go Bring up voice chat Was ihr auch mit mir spielen wollt im Spiel Ich heiße Paprikapo Ihr könnt mir gerne eine Freundschafts-Anfrage stellen Und ja Also ganz normal alles klein Paprikapo Ne Das Peco Sonst alles klein Alles zusammen Paprikapo Ja Würde mich freuen Wenn ihr auch mit mir mal spielen könnt Paprikapo Okay, komm rein Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich habe ja einfach heller geworden Ich habe ja einfach heller geworden Nein Nein Ich hoffe ihr seht mich wieder richtig Ja Seht mich wieder richtig Scheiße Okay Es ist alles gut Wow Erstmal noch schnell den Baum ausgeweicht Ich bin auch im Fahrzeug Okay 53 leute leben Als wenn. Alle sind tot. Außer zwei und ich und noch andere. Wir müssen zusammen kämpfen. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, wir gehen nicht mehr zum T-Mode. Ich bin tot. 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 Ja. Ich muss das machen, ich muss das machen. Okay. Alter, das ruckelt gerade richtig hart. Scheiße! Nein! Hallo? Spiel? Nein, ich habe verloren. Mal gucken, was die Gegner zu tun hat. So, ich will mal sehen, wie der jetzt wird geschafft. Der Junge hat vier Kilds. Scheiße. Au, au, au. Okay. Ich will das zuerst. Ich will mal sehen, wie der jetzt wird geschafft. Okay. Verlassen. Ich will mal sehen. Ich würde sagen, das war's mit der Runde Popschi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!